Der Schülerwettbewerb InventaChip feiert Jubiläum. Seit 15 Jahren entwickeln Schülerinnen und Schüler ihre ganz eigenen Chip-Ideen. Auch 2016 gibt es im Rahmen des VDE-Kongresses in Mannheim wieder einige Neuheiten junger Erfindergeister zu bestaunen. Der Simulator, der Keysafe, der Einbruchsmelder, der Sleep Care Chip und das autarke Energiesystem sind die diesjährigen Beiträge. Alle Teilnehmer haben das Zeug zum Sieg des InventaChip-Wettbewerbs 2016. Ich bin Tim. Ich bin Jamal. Ich bin Max. Und ich bin Robin. Und das ist der Simulator. Der Simulator ist ein smarter Rollator und soll älteren Menschen das Leben vereinfachen. Neben einem kleinen E-Motor ist der Simulator mit mehreren Sensoren ausgestattet, der bei Gefahr automatisch bremst. Bei Unfall ertönt ein Signal, das das Umfeld auf den Hilfebedürftigen aufmerksam macht. Uns ist aufgefallen, dass der normale Rollator gewisse Probleme aufweist. Die haben wir versucht zu lösen. Immer mehr Geräte benötigen auch immer mehr Strom. Wo der in Zukunft herkommen soll und wie man ihn am besten speichert, wissen diese beiden Jungs. Mein Name ist David. Und ich bin Luca. Und das ist das autarke Energiesystem. Bei unserer Erfindung geht es darum, dass wir ein Wohnhaus unabhängig vom Stromnetz mit Energie versorgen wollen, indem wir Wasserstoff als Speichermedium benutzen. Das ist zukunftssicher und schont dabei auch noch den Geldbeutel. Tolle Erfindung. Mein Name ist Verena und meine Erfindung ist der Sleep Care Chip. Dank Verena können Eltern bald ruhiger schlafen, denn ihre Erfindung übernimmt die Nachtwache der Babys. Die Sensoren des Sleep Care Chips überwachen den Schlafrhythmus des Babys. Dadurch kann Verenas Erfindung sofort reagieren. Also es gibt einen Bewegungssensor. Wenn das Kind sich bewegt, dann fängt die Wiege an zu schaukeln. Und es gibt einen Geräuschsensor. Wenn das Baby schreit, dann geht erstmal ein Standlicht an, also ein Schlaflicht. Und später geht dann ein Lauflichtmobilier an und ein Musikmodul spielt im Deed. Doch auch die Eltern bekommen natürlich Bescheid. Über den Chip werden sie benachrichtigt. Für eine ruhige Nacht soll auch die nächste Erfindung sorgen. Mein Name ist Maximilian. Und ich bin Lukas. Und unser Projekt ist der Einbruchsmelder. In unserer Umgebung war eine ganze Einbruchstirke und da wurden in einer Nacht vier Häuser oder so aufgebrochen. Und da haben wir gesagt, da müssen wir was machen dagegen. Und deswegen haben sich Max und Lukas zur Aufgabe genommen, Fenster und Türen effektiver abzusichern. Bei Einbruchsversuch geben die angebrachten Sensoren sofort Alarm. Jeder kennt es. Man verlässt die Haustür und im selben Moment merkt man, dass der Schlüssel noch im Haus ist. Damit ist dank Tobias und Johannes jetzt Schluss. KeySafe warnt den Benutzer davor, das Haus ohne Schlüssel zu verlassen. Sechs arbeitsreiche Monate liegen hinter den Teilnehmern. Von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung haben die Teams alles gegeben und an ihren Projekten geforscht und entwickelt. Mit ihren Ideen haben sie es unter die Top 5 geschafft und zielen damit zu den diesjährigen Preisträgern des Invent-a-Chip-Wettbewerbs, bei dem es dieses Jahr gleich zwei erste Plätze gibt. Neben einem Sach- und Geldpreis gibt es vor allem eins, Anerkennung. Doch mitmachen lohnt sich nicht nur deswegen. Auch die Leute, die man jetzt hier auf dem Kongress getroffen hat oder im VDE selber während dieses Crash-Kurses oder halt der Vorbereitung auf den Wettbewerb, das ist auch was, was einem für die Zukunft helfen wird. Wir haben viel gearbeitet, viel Zeit investiert, auch viele Momente gehabt, an denen wir dachten, das geht so nicht, geht das überhaupt. Aber letztendlich sind wir sehr froh, dass es geklappt hat und es ist eine Riesenehre für uns, mit dem Preis belohnt zu werden. Aber geht's valve für uns, bei mir. Das Drill watt? Nope. Was dieelimert? Wir dritt nochmal.